Es ist Zeit, dass wir uns wieder unserer Wirtschaft widmen. Sie haben mich gerade ein bisschen vernachlässigt. Wir müssen jetzt hier lang laufen. Ach ja, ich habe zugemacht. Los, wir stürmen jetzt alles. Wir stürmen jetzt die Burg. Ich würde gerne nach hinten schon alles sichern. Tag 15, ja, da sollte ich eigentlich schon langsam Steinhäuser haben. Vielleicht doch ein paar zu viel noch. Noch. Abknallen. Okay. Am nächsten Mal. Auf das gehen wir als nächstes. Auf Steinhäuser, glaube ich, gehe ich mal. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich hier sieht, mich auch eine Menge Steine, die ich mir dann einverleiben könnte. Und dann hätte ich auch ganz gern. Hört mich? Ich bin auf Bezug auf Bezug. Entschuldigung, Sir. Ich habe meine Wege verleiben. Sag mir, was zu tun. Okay. Die Jägerin sieht ein bisschen weiter. Perfekt. Sieht nämlich so aus, als wäre jetzt zu. Das heißt, ich kann hier runter. Nein, ich bin einfach nicht. Das ist schon der Kartenrand, wie es scheint. Sieht zumindest sehr nach Kartenrand aus. Entschuldigung. Ist alles okay? Das war sehr einfach. Entschuldigung. Das Gebäude ist okay. Dann kann ich hier weiter machen. Dann kann ich hier weiter machen. Technologische Forschung ist fertig. Sag mir. Okay, der Mütter müssen wir hier eine Zeit lang aufhalten können. An der Stelle, was steht das kaputt? Holzwall von mir aus. Bezug auf, was steht das Kaputt? Bezug auf, was ist das Kaputt? Bezug auf, was ist das? den ersten steinhäuser zu bauen 180 oder ja da kommt der tolle zug ich will einfach nur kein stein verschwinden weil ich weiß ich brauche denn dann in wasser ich habe das in stadt habe ich gehört muss ihr oben natürlich aufpassen wenn ich die mutanten anziehe dann bin ich habe ich big trouble in little china und das wollen wir ja nicht das hier allerdings ist ein wünschenswerter zustand mit schön viel schön gegnern die ankommen hier kriege ich noch ganz gut essen da kriege ich auch noch stein und später energie und essen was braucht man mehr es ist auch auf vier gestiegen durch unsere verbesserung das ist gar nicht schlecht eine bank wäre es ja auch nicht schlecht allerdings muss ich erst mal genug geld einsammeln die hier mal 40 ändern von 1840 für doppel die kolonisten die brauchen aber dass der grundwert scheint der grundwert zu sein der wird erst gesenkt stellt sich mal wenn das besetzt ist da sind ein paar viele ihr geht weg bilden kompletten es war damit da ist auf 13 gesinkt okay ist aber ein bisschen weniger effizient als hauser tatsächlich nur mal so am rand bemerkt ein paar tag haben wir noch jetzt wird erst mal aufgerüstet als nächstes würde ich gerne mal die bank anstreben oder vielleicht noch ein paar leute mehr cool gut gemacht leute das scheint zuzusehen das ist super man muss ich mich nicht aufteilen mit meinen truppen jetzt kann ich auf jeden fall die bank anstreben das war's mit dem es castle was war es mit dem essen aber hier müsste ich noch sehr sehr viel das die ausziehen können ich darf aber nicht vergessen dass ich sehr viel holz produzieren was erstens ich mache gewinnen dem holz wenn ich nicht brauche und ansonsten ist das immer noch eine menge energie wie man daraus zieht Units unter Attacken. Revitational-Wähler. Begründung complete. Das wird leicht sein. Unsere Soldaten sind in Probleme. Das ist total bescheuert. Nur sagen wir, was zu tun. Aufmerksamkeit, Anrufe, bitte. Das ist ganz einfach. Aufmerksamkeit. 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 Technologische Forschung, fertig. Wird dann gleich gebaut als nächstes. Da unten kommen welche, aber es sind nur Schwächlinge. Jetzt bräuchte man neue. Jetzt brauche ich auch neue Energien. Aufmerksamkeit. Building complete. Kommt ein bisschen mehr. Kommt ein bisschen mehr. Läuft doch. Läuft doch. Die verbesserten Mühlen brauchen wir eigentlich nicht. Würde ich mal glatt sagen. Würde ich mal glatt sagen. Ein Kraftwerk wäre trotzdem nicht schlecht. Schon eine düstere Atmosphäre mit diesen Donnergrollen. Yay! Plus tausend. Ich mag die Bank. Die Bank ist einfach so super. Schauen wir mal, dass wir das schön ausnutzen können. 7. Kriege ich aber auch 7. Ich nehme mal die 7 erstmal. Kriege ich die 7 auch noch. Okay, es wird mir erstmal Geld. Das war's schon. Wer sollte, mehr Gegner? Das war's schon. Wer sollte, mehr Gegner? Das war's schon. Natürlich, mein Kommander. Kommander? Dämlich, sagen wir. Lassen mich zur Dieckendung. Made Idee, Herr. Er vientt? Alles okay? Gib mir mal. Datinge complete. Alles okay? Okay, unsere Fortschritte sind bereit. 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 Darüber lachen wir nur. Okay. Irgendwie sehen diese so ein bisschen breit aus. Das ist ja schon mal aufgehalten. Beim Schockturm sieht man alles besonders. Das sieht so fett aus. Hier oben kann ich dann die Gießerei hinbauen, schätze ich mal. Hier hinten kann ich auch noch was hinbauen. Also Gießerei brauchen wir auf jeden Fall. Die Hälbe Karte haben wir schon mal. Ich habe genug Energie für Schockturm. Mehr Geld bitte. Noch einmal sammeln. Stein sollte jetzt ein bisschen sparen, kurz. Und wir sehen uns gleich wieder. Moment. Entschuldigt bitte die Verzögerung. Also ich meine, ich habe es ja garantiert rausgeschnitten, aber trotzdem. So. Und wenn das hier steht. Oh, schießt ihr eigentlich? Ach, ist ja auch egal. Er macht das schon. Als nächstes Stein mauern. Die werde ich auch brauchen. Ach Mist, ich wollte Stein sparen. Ich bin so doof. Ist alles okay? Bildung complete. Natürlich. Attention, die Bildung complete. Stein mauern. Auch immer sie kommen, da hätte ich kein Stein mauern. Und ein Schockturm. Und wenn die hier oben kommen, muss ich eh aufpassen, weil ich weiß nicht, ob das... Der Schockturm könnte die alle anlocken. Das sind alles Mutanten vor allem. Und die hängen alle an einer Stelle quasi. Die hier sind Einzelner gerade mal. Ich baue erst mal Holzwald hin. Ich baue erst mal. Ich baue erst mal. Ich baue erst mal. Ich baue erst mal. Hm, schauen wir dann. Das heißt, dass ich von da komme. So, weiter geht's. Ähm, Gießerei brauchen wir ja auch noch. wenn ich sehe dass die ankommen haue ich sofort ab ok das ist eine stadt noch bewegt dass ich nicht aber wie gesagt die bewegen sich halt sehr 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 schnell schnell jetzt habe ich keine energie mehr ich kann energie kann ich da fehlt holz verrückt es fehlt man holz war klar dass es passiert früher oder später das dauert jetzt auch den ganzen tag auch wieder abgeschlossen zu sein also kann die nur aus diesem blöden gebäude da oder was es sei denn hier geht es nach oben das kann natürlich auch sein das ist auch das wird ein einzelnes gebäude interessant es gibt bloß dann eine richtige verbindung also wer errechnet denn damit also so Schredgun Schredgun Kommanderer? Sag mir! Egal was kommt, es wird abgefangen. Die G3 werde ich jetzt ziemlich schnell gern bauen. Hier oben. Das ist echt ärgerlich, du weißt halt echt nicht, was da oben ist. Da hätte man so viel, so viel eher was machen können. Können also nur von wirklich einer einzigen Seite hier kommen. Ich werde das Mal bauen. Ich werde das Mal bauen. Ich werde das Mal bauen. Sie versuchen zu wegschrauben. Das ist aber eher süß, was hier gerade passiert. Juhu. Bier. Keine Arbeiter mehr. Geht's wieder Arbeiter? Immer ne Paar. Ist das alles okay? Das war das gar nicht so schlecht, dass ich das gemacht habe. Die Verteidigung wäre erst mal okay. Nächste müsste hier passieren. Du gehst mal da hin, du holst dann gleich das Geld. Du musst vielleicht... Du musst vielleicht an den Mutanten ablenken. Die Verteidigung ist für die Verteidigung. Unsere Soldaten sind in Probleme. Für die Menschen! Da kommt er auch schon. Ähm... Schreif. Ihnen besser. Das ist besser. Schreif. Schreif. Die Verteidigung! Stärke. Bop. Hier. Bop. Kommt ein Gerannt, er hat uns gehört, er kommt sofort an. Affen Arsch. Muss hier irgendwo sein. Der ist ziemlich nah gekommen gerade. Der läuft ja irgendwo rum, ich höre. Ich sehe ihn ja hier, er muss hier sein irgendwo. So. Welches Ingenieurzentrum dann habt, dann guck mal erstmal, dass wir eine Ölplattform kriegen. Warten mal, wie wir sind das jetzt? 37, die machen 36 Schaden. 900, oh doch, der müsste man ganz gut legen können. Mit einem, äh, 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 äh. Commander? Was wir sonst noch so haben. Und ich stelle immer alle hier hin. Wir müssen den eigentlich schaffen. Mach 30, der ist langsamer als eine HP. Äh, das ist ja ein Witz. Warum habe ich da eigentlich Schiss? Das ist ja wirklich ein Witz. Das ist ja wirklich ein Witz. Ich mache mir ja Gedanken, oh, wie kann ich das so schaffen? Gar kein Problem. Ich habe es echt gezeigt. Ja, da finden wir sowas. Ja, da finden wir sowas. Units unter Attacken. Beobachtung! 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 Kommander, auf Ihren Orten! Beobachtung! Beobachtung! Entschuldigung, Herr. Ich habe meine Wecke geschlossen. Kommanderer? Beobachtung! 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 Sorry, sir, I was cleaning my weapons. Is everything okay? Order is send... Building completed. Attention! Oh, habe ich jetzt genug? Ich würde sagen, danach gucken wir mal, dass wir die Titanen freischalten. Ja, kommt ihr nur ruhig. Ach, kein Stein mehr. Do you need me for the colony? Ich werde gleich mal eine kleine Aufnahmepause machen, einfach nur kurz unterbrechen, damit die Aufnahme nicht zu lang wird. Jetzt kann ich doch den Titanen gleich machen. Ach, da kommen die ersten Schwabbel. Ich arbeite trotzdem erstmal an dem Titan. Danach an den Bergwerken. Titan. Komm schon. Aber wir kriegen gut Geld rein, aber kann mehr sein. Wahrscheinlich habe ich gleich hier gesammelt, genau. Und ich habe das direkt reingebaut. Ach, ist auch egal. Komm schon. Ui. Komm schon. Komm schon. Ist alles okay? Nein, 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 nein. Das macht denen kaum was. Was ist denn für dich? Für die Soldaten. Wie bitte Sie, mit dir. Wenn ich vor den Mittagern komme. Ganz inne. Dann kommen Sie hier. Wie bitte kannst du die Twentygung. Würde dich, alles klar. Das ist gut. Was? Ah, ja, ja, ja. Oh, das sollte ein bisschen reichen. Dazu noch ein bisschen mehr Öl. Einmal will ich gerne noch sammeln, dann habe ich dann nämlich genug. Ach so, was das ist. Oh, kein Geld. Ich kann da wahrscheinlich die Soldaten erstmal aufsuchen und zerstören schicken demnächst. Und hier kann ich noch ein Lager reinsetzen. Schnellen Papa. Aber ich meine, ich spiele eh gleich weiter, aber es ist manchmal echt schwierig aufzunehmen, wenn man so schön drin ist. Eigentlich meistens. Ja, ich brauche dann einfach mehr Leute wieder. Beziehungsweise kann ich mir dann einfach einen Titan leisten. So, dann, ja. Ich glaube nicht, dass ich zusammenschneiden werde. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Seer Wings für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage Jump, WichtleinTV. Bis zum nächsten Mal. Bye Leute. Ciao. Ciao.